Danke, dass ihr euch heute Abend Zeit genommen habt. William und ich wissen, eure Unterstützung sehr zu schätzen und sind froh, dass wir so viele von euch unsere Freunde nennen können. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich muss immer mich umschauen und schauen, ob Elvis Presley gerade reingekommen ist. Ich bin eigentlich erwartungsvoll, ihn zu sehen. Es ist eine große Ehre für Lisa und für mich, dass ihr heute mit uns seid. Wir haben spannende Zeiten, wisst ihr? Vielleicht wisst ihr, was letzten Abend passiert ist. Es ist so schöner, heute Abend hier im Inneren zu sein, drin zu sein. Aber wir würden überall hingehen, um mit euch zusammen zu sein. Und dafür gibt es einen Grund. Weil wir euch lieben. Wir lieben euch wirklich. Und ihr fragt, warum? Weil ihr es wert seid, geliebt zu werden. Weil ihr es wert seid, geliebt zu werden. Und Liebe ist die einzige Antwort für uns. Und Liebe ist die einzige Antwort für uns. Wenn du das, wenn du eigentlich das Klare siehst, das Selbstverständliche siehst, dann sagt man euch, du sollst das ignorieren. Aber wenn du verrückte Dinge hörst, dann sagen sie euch, das ist die Wahrheit. Wenn also irgendwas aussieht wie eine Ente, und wenn irgendwas klarkt wie eine Ente, und wenn etwas wie eine Ente rumwatschelt, ist es sehr wahrscheinlich eine Ente. Aber nicht in Deutschland. Aber nicht in Deutschland. Zum Beispiel. In Wuhan, in China, they're working on a virus. Also zum Beispiel in Wuhan, in China, da arbeitet man an einem Virus. To be carried by a bat. Der in irgendeiner Tasche getragen wird. And their security is very lax. Und die Sicherheitsmaßnahmen sind sehr locker. Und irgendwie plötzlich außerhalb, also aus Wuhan, aus China, Corona goes worldwide. Da kommt Corona in die ganze Welt. Which is exactly what they were working on. Das ist genau das, an dem sie gearbeitet haben. That's obvious, right? Das scheint doch einsichtig zu sein. Aber was erzählen uns die Regierungen? Oh, nothing to do with China. Das hat nichts zu tun mit China. Das kam irgendwie aus der Luft, ganz natürlich. Und dann mussten wir alle Masken tragen. Wie lange mussten wir das tun? Wir mussten also das ganz Klare ignorieren. Everything pointed to Wuhan, China. That's where it came from. Alles deutete auf Wuhan in China hin. Aber damit haben wir nichts zu tun. Damit hat es nichts zu tun. Die sind ganz unschuldig. Als ihr zum ersten Mal von Bletchley Park gehört habt, Immediately, the government said, Oh, that was a school to teach people Morse code. You know? Da haben alle erzählt, ja, das war eine Schule, um den Morse code zu lernen. And that's what was taking place there. Und das wurde da gemacht. It made no sense. Das war völlig sinnlos. Warum würde man 200 der brillantesten Wissenschaftler aus der Welt zusammenziehen? Churchill sagte, die kommen alle aus einem einzigen Grund daher, um den Geist von Schiller zu zerstören, um das deutsche Denken zu zerstören. Und er sagt, das ist, warum man Bletchley Park ins Leben gerufen hat. Das ist ganz klar. Augenfällig. Und uns erzählt man da, da wurde der Morse code gelernt. All of a sudden, out of nowhere, und irgendwo aus dem Nichts, wird die ganze, unsere ganze Wirtschaft für die nächsten zehn Jahre in die Luft gesprengt. Zwei Pipelines. Zwei Pipelines. Beide. Ihr geht vom Wohlstand in die Rezession und nach Aussage des internationalen Währungsfonds geht es in eine Depression. Es ist ganz klar, wer das gemacht hat. Es ist jedem klar, warum sie es getan haben. Aber in Deutschland muss man das Augenfällige ignorieren. Wie viele von euch glauben, dass die Ukrainer das gemacht haben? Gibt es irgendwen? Das war die letzte Geschichte, die man erzählt hat. In Deutschland, wo eben alles auf dem Kopf steht. Wo man das ganz Klare ignorieren muss. Um hier leben zu können, muss man den Verstand abschalten. Wenn es so aussieht wie eine Ente, wenn es quakt wie eine Ente, wenn es watschelt wie eine Ente, dann ist es sehr wahrscheinlich eine Ente. Eine Ente. Ich möchte, dass ihr an den Punkt zurückkommt, an dem ihr die am besten denkenden Menschen auf der Erde seid. Und darüber gibt es keinen Zweifel. Auf die Weise wurdet ihr geschaffen. Dazu wurdet ihr geschaffen. Voller Schöpferkraft. Und Innovationsgeist. Und Energie. Das hat den Deutschen charakterisiert. Ein Aufrechter. Ein Cleverer. Ein Schlauer. Und die Welt fragt heute eine Frage. Was ist mit den Deutschen passiert? Wo sind sie hingekommen? Da leben Leute in diesem Land. Aber die verhalten sich nicht wie Deutsche. Die denken nicht wie Deutsche. Die stehen nicht länger aufrecht. Die sind voller Schuld. Und Scham. Und Angst. Sie fühlen sich leer. Leer. Sehr gut. Er ist sehr gut. Er ist sehr gut. Ich würde sagen. Sag mir, was stimmt nicht? mit dem Deutschen etwas aussprechen. Es ist gut, Deutscher zu sein. Was ist falsch daran, so etwas zu sagen? Es ist gut, Deutscher zu sein. Das klingt so wie Rechtsextremismus. Ist irgendein anderes Land auf der Erde, wo man solche Worte nicht aussprechen könnte? Es ist gut, Italiener zu sein. Es ist gut, Franzose zu sein. Es ist gut, Chineser zu sein. Es ist gut, Amerikaner zu sein. Jede Nation auf der Erde, das ist eigentlich eine gute Aussage, aber hier nicht. Wir stehen auf dem Kopf. Und warum? Warum sind die am besten denkenden Menschen auf der Erde, die disziplinierten Menschen auf der Erde, warum müssen die ganz stark kontrolliert werden? Ihr wisst, was ich vor drei Jahren gesagt habe. Die Inflation war damals niedrig, 1%. Ich habe gesagt, es geht rauf und rauf. Vor drei Jahren hat man gesagt, wir haben die Einwanderung unter Kontrolle. Und ich sagte, nein, das habt ihr nicht. Das wird aus Richtungen kommen, die ihr nicht einmal kennt. Hunderttausende, Hunderttausende, Hunderttausende. Ich habe das gesagt. Und das dritte, was ich gesagt habe, war, es gibt zu viel Kontrolle über die Deutschen. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Man muss wieder zur Normalität zurückkehren. Wir können das Gummi ziehen und ziehen und es kann anders aussehen. Aber wenn wir es dann loslassen, dann haben wir das, was Gott geschaffen hat. Er hat euch anders geschaffen als andere Völker. Und andere Nationen, die freuen sich an ihrer Verschiedenheit. Die Italiener sind gerne Italiener, die lieben das. Ich war vor kurzem in Paris. Die Franzosen sind gerne Franzosen, die lieben das. Die zehn Jahre Alten, die gehen auf eine Reise. Und der Bus schaukelt, während sie da so fahren. Weil die französischen Kinder französische Lieder singen. Die deutschen Busse, die sind ganz ruhig. Warum? Warum? Vielleicht könnte jemand einen Punkt machen, dass in 1945 oder 1948 oder 50 oder sogar 52 das musste sein. Jemand könnte sagen, ja, das war 1945 oder 46 oder 47 oder bis 52, da musste das schon so sein. Aber damit muss doch Schluss sein. Spätestens 1960, 62 oder am allerletzten 1965. Da hättet ihr ganz normal sein müssen. Also frei leben können. Und eure eigenen Freunde auswählen können. Wisst ihr, dass ihr überhaupt keine Außenpolitik habt? Ja, wüsst ihr mal. You're not laughing because of Baerbock, are you? Ihr lacht ja nicht wegen Baerbock. You have no friends of your own. Ihr habt eigentlich keine eigenen Freunde. And you only have enemies that we give you. Ihr habt nur die Feinde, die wir euch besorgen. You don't ever do anything that's in your own interest. Ihr macht nie irgendetwas, was in eurem eigenen Interesse liegt. You are told how you are to think. Euch wird gesagt, wie ihr denken sollt. By people who don't think as well as you do. Und zwar von Leuten, die nicht so gut denken können, wie ihr es könnt. You are under the authority of a culture. Ihr steht unter der Fuchtel einer Kultur. Let's call that America Britain. Zum Beispiel die britisch-amerikanische, könnte man das nennen. Die nicht so kultiviert ist, wie ihr es seid. Die Sklaven sind klüger als die Herren. Und das ist die Wahrheit. Wisst ihr, was ich meine, wenn ich das sage? Alles steht auf dem Kopf. But you were born into this world. And you were told, this is the word, this is what it means to be a German. You don't make your own decisions. Und du musst ganz eng kontrolliert werden. Wir sind heute Morgen aufgewacht, Lisa und ich, und haben rausgeschaut. But this whole country is deceptively pastoral. Dieses ganze Land ist getäuscht. This is deceptively like a beautiful pasture. Pastoral. Ah, wie ein Pastel, ein Gemälde. I mean, this is beautiful everywhere. Das ist schön, so ein Gemälde. Everything is in perfect order. Da ist alles in perfekter Ordnung. Even the deer in the field keep their distance. Sogar die Dinge auf dem Feld, die Zweige auf dem Feld, die haben die richtigen Abstand. All is in order. Alles war in Ordnung. Always beautiful. Alles ist schön. Aber wo sind die Leute? Ich habe euch vorgeschlagen. By the way, do you know that it was 35 years ago that I proposed to Lisa? Wisst ihr übrigens nebenbei gesagt, vor 35 Jahren, was ich Lisa vorgeschlagen habe? 35 years ago. Vor 35 Jahren. Und jetzt mache ich euch einen Vorschlag. Ich verschlage euch vor. Ihr lebt in einem gemieteten Land. Vor 4 Tagen sind Lisa und ich aufgewacht am Morgen. A woman across the street was raking under her bushes. Da war eine Frau, die hat so ein bisschen geharkt unter den Zweigen, unter den Büschen. Trying to ignore. Und hat versucht nicht darauf zu achten. Attacked helicopters. Was da Helikopter anflagen. Right over her head. Über ihrem Kopf. Then a jet plane. Zoom. Dann gab es einen jet. Right over her head. Über ihrem Kopf. Und dann andere Flugzeuge. Und andere Flugzeuge. Und noch mehr Hubschrauber. Die kamen von einer britischen Militärbasis. 3 Kilometer entfernt liegt. Und die gehen jeden Tag so. Die deutsche Frau. Und diese deutsche Frau, die hat einfach geharkt. Als würde das gar nicht geschehen. Es gibt 110 militärbasen, amerikanische Militärbasen, an den schönsten Orten in Deutschland. An den besten Flecken. Und ich habe mich gerade mit Israel versprochen. Wir waren nämlich gerade in der Westbank in Israel. Das hat mich an Deutschland erinnert. Weil jedes Mal, wenn es da ein Hügel gibt. Dann haben die Siedler diesen Hügel übernommen. Und haben die Ureinwohner weggeschaut. Und nach zehn Kilometern gibt es wieder einen Hügel. Sie haben die Leute dort weggebringt. Denn sie wollten eine Fortress auf jedem Hügel eine Festung errichten. So dass die strategischen Orte in dem Land nur Israel gehören würde. Wir beschweren uns nicht darüber. Aber wir freuen uns, wenn es Deutschland gut geht. 110 militärbasen, amerikanische, sind auf den schönsten Orten, auf den Hügelen in ganz Deutschland verteilt. Und dazu kann man noch 26 britische hinzuzählen. All on the very best land you have. An den schönsten Gegenden, die wir haben. And they are the ones who have the fortresses that provide security. Und sie haben diese Festungen, die Sicherheit schaffen. So wie in Israel. Aber ihr wurdet aus eurem eigenen Land rausgetrieben. Wenn ihr glaubt, dass irgendeine von diesen Militärbasen zu Deutschland gehört. Und dass die in eurem Land stehen. Und dass es nur zeitlich begrenzt ist. Dann frag mal, wie viel denn dafür bezahlt wurde. Nichts, Null. Wenn du glaubst, die liegen in Deutschland. Die besten strategischen Gegenden. Dann geh mal morgen früh. Und klopft an der Tür an, an ein Tor an. An irgendeiner dieser 136 Basen. Und sagt, ich bin ein Deutscher. Das ist Deutschland. Ihr seid auf meinem Boden. Ich komme jetzt rein. Was glaubt ihr, was da passiert? Möchte jemand raten? Es ist nicht schön. Ihr seht, alles steht auf dem Kopf. Und das ist falsch. Und es ist insbesondere falsch für euch. Weil ihr einen Platz habt auf der Welt. Ihr seid nicht mehr als andere. Nicht mehr wert als andere. Aber ihr seid auch nicht weniger als irgendjemand anders. Als irgendjemand anders. Und ihr seid anders als andere. Ihr habt andere Ausbildungen, Fähigkeiten. Und die Welt braucht diese Fähigkeiten. Und die ganze Welt ist in Mittelmäßigkeit. Wir finden euch nicht. Ihr seid stumm. Ihr seid stumm. Ihr gehorcht. Ihr seid klein. Ihr seid schwach. Und wir haben euch dazu gebracht. Bletchley Park hat euch so gemacht. Die Besatzung hat 40 Jahre zu lange gedauert. Am Anfang müsstet ihr das akzeptieren. Aber ihr habt es nicht gemocht. Dann müsstet ihr so tun, als wäre er ein Teil davon. Damit ihr irgendwie durchkommen konntet. Und jetzt seid ihr abhängig davon geworden. Das ist falsch. Wir nutzen euch aus. Und ihr habt unglaubliche Fähigkeiten. Ihr wisst, dass Lisa und ich euch lieben. Gott liebt euch. Er hat euch geschaffen. Nachdem er euch geschaffen hat. Er hat geschaut. Und er hat gesagt, das ist sehr, sehr gut. Er ist froh mit euch. Er sagt zu euch, ihr seid unschuldig. Ihr seid nicht schuldig für irgendetwas. Und es macht ihn traurig. Ärgerlich. Ärgerlich. Wenn jemand euch ausnutzt. Wenn sie Schuld und Scham verwenden, um euch zu kontrollieren. Wenn sie Angst verwenden, um euch klein zu halten, unten zu halten. Und hört auch das. Wir, die Alliierten, wir haben euch zu Pazifisten und zu Umweltaktiven gemacht. Dann haben wir gesagt, das könnt ihr sein. Jetzt, über Nacht, so ein Schnips. Wir haben jetzt gesagt, jetzt müsst ihr zu Kriegern werden und uns in unseren Kriegen aktivieren. Wie können wir beides haben? Wie können wir beides haben? Wie können wir erst sagen, ihr sollt Pazifisten sein, ihr sollt Umweltbewusst sein und klein sein und schwach sein. Und jetzt sollt ihr Kämpfer sein für unsere Kriege. In der Ukraine, da fliegt Amerika davon. Wir haben eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne. Wir sind schon leid. Wir geben kein Geld mehr. Den Amerikanern ist es egal. Wer wird jetzt diesen Krieg erben? Well, let's try it. How about, should we give it to the French? We'll let the French inherit the war. No, no, we'll give it to the Romanians. They can inherit the war. Guess who's going to inherit the war. You're it. That's the plan. And that's the plan. What happens when you take young people? Tall, handsome, young men and women. Große, gute, aufrichtige Männer und Frauen. Die nicht mal eine einzige Liegestütze schaffen. Wo die Mutter den 13-jährigen Jungen über die Straße führen muss. Und jetzt sollen die in den Krieg ziehen. Ein Krieg gegen die Feinde von Israel. Diese Leute wurden als Krieger aufgezogen. Denen ist es egal, ob sie sterben. Die sind das Gegenteil von euch. Dieser ukrainisch-russische Krieg, der ist einfach... Es ist ein Familienkrieg. Und der hunderte von Jahren zurückgeht. Und ihr sollt euch da einmischen. Ich habe an der Bundeswehruniversität in München und in Hamburg gelehrt. Ich habe eure besten Offiziere von dem Heer, von der Luftwaffe und von der Marien in Amerika unterrichtet. Das sind wunderbare junge Menschen. Aber nicht einer von ihnen kann das tun. Ich könnte weitergehen und weitergehen. Aber es wäre einfach komisch. Aber das wäre ja langweilig. Ich sage dir, ich meine es ernst. Ich liebe diese 19, 20, 21 Jahre alten Deutschen. Und ich möchte nicht, dass irgendeiner von denen verletzt wird. Die werden einfach in diesem Krieg es nicht gut machen können. Wir haben dafür gesorgt, dass sie das nicht gut können. Und es ist nicht gerecht, euch jetzt da reinzutun, dass wir euch in unsere Kriege reintreiben. Wann wird euch endlich erlaubt, die eigenen Freunde auszuwählen? Und die eigenen Feinde auszuwählen? Und die eigenen Entscheidungen zu treffen? Scholz sagt, wir müssen deutsche Soldaten schicken, wir müssen deutsche Pläne schicken, Entweder in die Ukraine oder nach Israel. Ist ganz egal. Hat er euch angerufen, um zu fragen, was denkt ihr denn? Wenn Scholz jemanden angerufen hat, um zu fragen. Oh mein Gott. Er hat einen Anruf bekommen. Der gleiche Anruf, den er immer wieder bekommt. Hallo, Amerika spricht. Hier ist das, was wir erledigt haben wollen. Und Scholz sagt, jawohl. Und so ist es. Da gibt es keine Diskussion. Nicht um das, was gut ist für deutsche Familien. Sondern was gut ist für irgendeines anderen, für dessen Familie. Ich habe euch gesagt, ihr habt niemanden, der für euch ist in dieser Zeit. Ihr seid ein nicht beschütztes Volk. Ihr seid heimatlos, obdachlos. Und ihr lebt in einem gemieteten Land. Ihr könnt hier gar nichts tun. Außer, dass jemand von außen es genehmigt. Von Leuten, von Leuten, denen ihr egal seid, ob ihr lebt oder sterbt. Leute treffen eure Entscheidungen, die eure Kinder nicht lieben. Und die euch nicht respektieren. Oder sie würden euch fragen. Wollt ihr einen Krieg mit Russland? Lisa und ich, das ist das 370ste Treffen. Wir waren in allen 16 Ländern. Einmal in Görlitz. Dann waren wir im Sauerland. Wir wissen nicht einmal, wo wir sind. Aber wir wissen eines. Die Deutschen sprechen überall zu uns. Und wir haben nicht eine einzige deutsche Familie gehört, die gesagt hat, wir wollen einen Krieg mit Russland. Wer steuert das? Ich verrate euch ein Geheimnis. Wenn ihr in Amerika geboren und aufgewachsen wärt, also nicht nur ein Jahr dort auf die Schule gegangen, sondern wirklich dort geboren und aufgewachsen, dann würdet ihr die Russen hassen, von dem Tag an, seit ihr geboren seid. Das ist das böse Imperium. Das werden sie jeden Tag erzählt bekommen. Das sind unsere Schulbücher. Das sind unsere Schulbücher. Das sind die Radio, das ist auf der Telefon. Diese Leute müssen zerstört werden. Aber wir machen das nicht direkt. Wir nehmen die Vietnamesen, die das für uns zu tun haben. Dann haben wir die Korenchen, die das für uns zu tun haben. Dann haben wir die Somalien, die das für uns zu tun haben. Dann haben wir die Somalier, die das für uns zu tun haben. Dann haben wir die Afghanistans, die das für uns zu tun haben. Und jetzt seid ihr dran. Gefällt euch diese Vorstellung? Das ist eine ganz schlechte Vorstellung. Aber ihr habt ein Problem. Wir haben euch voneinander getrennt. Ihr kennt euch nicht. Es gibt keine Einheit unter euch. Ich glaube, ihr wisst nicht einmal, was Einheit bedeutet. Und weil Lisa und ich euch lieben, möchte ich, dass ihr etwas für uns tut. Tut uns einen Gefallen. Ich will euch, dass ihr die Hände so mitgebracht habt. Hebt mal die Hände so. Jeder muss mitmachen. Geht eure Hände so. Und ich zähle jetzt auf Deutsch bis drei. Und dann klatschen wir alle zusammen. Seid ihr bereit? Eins, zwei, drei. Oh, my, that's terrible. Absolutely frecklich. There's no unity. Again, wieder an. Hands up. Get yourself ready. Vorbereitet. Fertig. Are you ready? Yes. Eins, zwei, drei. Das ist zum ersten Mal in 80 Jahren. Hat es weh? Hat es weh? Nein. Hat überhaupt nicht wehgetan. Die Liebe in der Einheit mit einander hat die Macht für den Wandel. Anyone understand me? Versteht ihr das? You see, it's unity. Das ist Einheit. And love. Und Liebe. And that's what we need. Und das ist das, was wir brauchen. You are part of one, large, beautiful family. Ihr seid ein Teil einer großen, wunderschönen Familie. Und diese Leute da draußen, das sind eure Brüder und Schwestern. Und ihr braucht sie. Und sie verzweifelt, sie brauchen euch. Sie sind einsam. Sie sind verwirrt. Sie wissen nicht, wem sie vertrauen. Und sie sind getrennt. Von euch. So wie ihr von jedem anderen getrennt seid. Und die Führung, die eigentlich euch zusammenbringen sollte. Und euren Frieden schützen sollte. Und euren Wohlstand. Und euch aus den Innenstädten von der Angst befreien. Das wäre eigentlich die Aufgabe der Führer. Die machen das nicht. Die Menschen, denen ich meine Kinder anvertraut habe, haben mich verraten. Sie haben euch verraten. Ich war hier bei den letzten Wahlen. Ich erinnere mich an die großen Wahlplakate, die roten von Scholz. Und die wunderschönen... Können wir diesen Städten haben? Wow, was eine schöne Frau. Und die Grünen. Sie wollten das Transportwesen in Deutschland in das Raumzeitalter bringen. Und euch in die neue Zeit bringen. Und so sieht das dann aus. Ich war hier. Sie haben euch Frieden versprochen. Und jetzt, ganz öffentlich, steht ihr am Abgrund des Krieges. Sie haben euch Wohlstand versprochen. Aber ihr hattet ja schon Wohlstand. Die ganze Welt hat euch bewundert. Eure Kinder hätten gute Möglichkeiten, gute Arbeitsaussichten. Und die älteren Leute in dem Land, die ihre Rente verdient haben, das war damals sicher. Und sie haben versprochen, sie würden die Parks sauber machen und wenn da Kriminelle wären, dann würden sie die wegbringen. Wussten die eure Führer, dass diese Pipelines gesprengt werden würden? Wussten sie das? Natürlich wussten sie das. Sie wussten sogar, an welchem Tag. Wussten sie auch, wer das machen würde? Es war nicht die Ukrainer. Es war uns. Und eure Führer wussten alles davon. Wie haben sie eure Wirtschaft geschützt? Energiepreise 30% unter dem Weltmarkt. Da waren Energiepreise 30% unter dem Weltmarkt. On contracts guaranteed for 10 years, 12 years. Wie haben sie eure Pipelines geschützt? Ready? Boom! Boom! Was passiert? Come on, people. You know what I'm talking about. You live in a world that's upside down. And everybody has a sense of the truth. But you don't dare speak it. Why? Because the greatest fear of the regime is that someone from somewhere will come and speak the truth and your hearts will know it's truth and the whole fairy tale will come crashing down and be gone. and that's what they're afraid of. And davor haben sie Angst. That's why we ended up in the rain in the garden last night. Deswegen sind wir gestern Abend im Garten geendet im Regen. They were terrified that someone would speak the truth. That someone would speak the truth. and this is a only land on earth and this is the only land on earth where you cannot say where you cannot say where you cannot say where you cannot say that you like yourself without getting in trouble Ohne dass du Ärger bekommst. Well, I got good news for you. Aber ich hab gute Nachrichten für euch. I will start the words and you join me at the end. Und ihr könnt mir dann folgen am Ende. Genug ist Genug und Mutter. Nochmal. Genug ist Genug Exactly correct. Das ist genau richtig. That's my message. Das ist meine Botschaft. I came 8000 Kilometer Ich bin 8000 Kilometer gegangen für drei Worte für drei Worte Aber das sind Wörter, die ich sagen darf bevor ihr sie sagen dürft. Ich weiß, dass ihr nicht laut reden dürft. Wenn ich zu jemandem gehe in Berlin who ist just walking along with their dog or carrying a grocery bag der vielleicht mit dem Hund draußen spazieren geht oder mit seiner Einkaufstasche und ich sage Ja, hallo sage ich zu dem Die schauen nicht zu mir Nicht in Deutschland Wo schauen sie hin? Sie schauen sich erstmal um und schauen wer hört denn jetzt gerade zu Weil sie Angst haben zu sprechen Irgendjemand könnte ja falsch verstehen was sie sagen oder falsch interpretieren Sie könnten vielleicht eine politisch korrekte Linie überschreiten Die die ganze Zeit sich ändert Das ist keine Art zu leben Gott hat euch frei geschaffen Er hat euch das schönste Land auf der Welt geschaffen Und es gehört niemandem außer euch Deutschland ist für Deutsche Deutschland ist für Deutsche Und ihr braucht euch nie für irgendetwas zu schämen Ihr seid frei Ihr seid frei von Schuld frei von Scham Ihr seid so weiß wie frischer Schnee Und erinnert euch was ich euch gerade gesagt habe Wenn der erste Schnee fällt Und ihr schaut raus und es glitzert in der Luft im Licht Wenn Gott auf euch schaut Dann seid ihr so weiß wie frischer Schnee Ihr seid nicht schuld Es gibt keinen Grund zu schamen Wenn euer Präsident Wenn euer Präsident crawls around on his knees Wenn der auf den Knien rutscht Looking for someone to ask for forgiveness from Um irgendjemand zu finden den er um Verzeihung, um Vergebung bitten kann He asked his aides His aide His assistant Where are we today? Tanzania Tanzania Please forgive us Forgive us Germans We are bad people We have done terrible things Do you want money? Please forgive us In the name of the German people I'm begging Im Namen der Deutschen Der Deutschen bitte ich Where are we today? Wo sind wir heute? We're in Poland In Poland Same thing Und genau das gleiche da Now Stay with me for one more moment Hört mir noch einen Moment zu Er fragt nicht um Vergebung für etwas was er getan hat Er bittet um Vergebung in eurem Namen Er bittet die Welt um Vergebung für etwas was ihr getan habt Now You tell me Er sagt mir What have you done? Was habt ihr getan? Was habt ihr getan? You, 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 you've done nothing. You haven't hurt anybody. You have not. I know you. You wouldn't hurt a fly. If you have a fault, that we should be begging for forgiveness, here's your fault. You're too nice. You're just too nice. You're too nice to everybody. Except yourself. Then you're not nice. My job is to come before you and speak the truth. Your heart's job is to discern. The truth. What you see with your eyes is digital. It's not real. What you hear in your ears is confusion. Newspapers. Internet sites. Blogs. Television. Radio. Radio. It's confusion. You have only one safe place, people. And that's the Deutsche Herz. In your Deutsche Herz is truth. And behind the Deutsche Herz is the Deutsche Seele. And it's in every one of you. And it has been repressed and pushed down, pushed down. You cannot destroy the Deutsche Seele. Man kann die Deutsche Seele nicht zerstören. And the Deutsche Herz is unchanged. Unchanged. Und das Deutsche Herz ist unverändert. We can brainwash you. Wir können euch die Gehirnwäsche machen. We can make your mouth say things. Wir können euren Mund Dinge sagen lassen. That your heart knows. Dass euer Herz weiß. Is untrue. Dass das Herz weiß, dass es nicht wahr ist. We can do that. Was können wir tun? We can't destroy the Germanness in you. Aber wir können nicht das Deutsche in euch zerstören. It is eternal. Das Deutschsein ist ewig. And the Deutsche Seele goes all the way into Ewigkeit. Und die Deutsche Seele geht in die Ewigkeit. Und das schließt die ganzen Vorfahren und die Urahnen ein bis an den Anfang. Und wenn ich euch sage, dass ihr Teil einer viel größeren Familie seid, dann ist die größer, als ihr es euch vorstellen könnt. Gott liebt euch nicht nur. Aber er mag euch. Was ist seine Aufgabe? Was ist sein Beruf? Er ist ein Schöpfer. Er schafft aus dem Nichts. Er schafft Schönheit. Die funktional ist. Die kann man mit der Welt teilen kann. Und warum mag er euch? Und warum hat er mich geschickt? Weil ihr eure Arbeit nicht macht. Er mag euch, weil ihr Schöpfer seid. Wenn ich zu zehn Deutschen spreche. Wenn ich ein Telefonbuch nehme von Hamburg. Und randomly chose any ten Germans. Und put them on a desert island. Und sie auf eine einsame Insel schicke. Mit einem Palm tree. Mit einem Palmenbaum. Und sonst nichts als Sand. Und sonst nichts als Sand. In drei Monaten, they would be beautifully organized. Dann werden sie in drei Monaten wunderbar organisiert. Und würden exportieren in die ganze Welt. Egal was. Es kommt nicht drauf an. Das seid ihr. So if you want to know why God likes you. Wenn ihr also wissen wollt, warum Gott euch mag. Weil er auch ein Schöpfer ist. Er mag das, was ihr tut. Wenn ihr Deutsche seid. Aber er schickt mich. Mit der Frage. Mit der Frage. Where are you? Wo seid ihr? Where are the Germans? Wo sind die Deutschen? They're hiding with their head in the sand. Die verstecken sich mit dem Kopf im Sand. In an upside down world. In einer Welt, die auf dem Kopf steht. Their brains are turned off. Die Gehirne sind abgeschaltet. If I was a duck. Wenn ich eine Ente wäre. Quack, quack. Dann würdet ihr mich nicht erkennen. Ihr lebt in einer Traumwelt. Und die ganze Welt wartet darauf, dass ihr aufwacht. Wir haben gute Nachrichten. Weil ihr dabei seid, aufzuwachen. Ich musste geduldig auf euch warten. Für über 70 Jahre. Weil ihr nicht bereit wart. Wenn ich vor vier Jahren hierher gekommen wäre. Und genau das gleiche gesagt hätte, was ich jetzt gesagt habe. Dann wären die meisten schon rausgegangen. Und in dem Auto verschwunden. Things are changing here. Aber die Dinge wagen. People are open. Die Menschen sind offen. And there's more every day. Every day. Jeden Tag werden es mehr. Okay? And when they open their eyes. Und wenn sie ihre Augen öffnen. And circumstances will help them. Und die Umstände ihnen helfen. When they open their eyes. Wenn sie die Augen öffnen. Und sich umschauen. What they want to know. Was wollen sie dann wissen. Is are you real people? Die wollen wissen, seid ihr echte Menschen? Are you crazy people like they're told? Extremists like they're told? Seid ihr verrückte oder Extremisten, so wie man es euch sagt? Oder seid ihr echte Menschen? Because they want to be part of your community. Denn die möchten Teil eurer Gemeinschaft sein. They admire the courage that it took for you to come here tonight. They admire it. Die bewundern den Mut, den es gebraucht hat für euch, um heute Abend hierher zu kommen. Germans love courage. Die Deutschen lieben den Mut. And when Germans are Germans. And when Deutsche Deutsche sind. They are not afraid of anything. And that's the way your brothers and sisters want to be. But they are afraid. And they need to see you. Attractive, intelligent Germans. Who went out front. Went out front. Went out front and took the risk. Die gerade ausgehen und das Risiko auf sich nehmen. And then they will come with you. Und dann werden sie mit euch gehen. They want to be with you. Sie möchten mit euch sein. They just need encouragement. Sie brauchen eine Ermutigung. I want you to love them. Ich möchte, dass ihr sie liebt. I want you to care for them. Dass ihr euch um sie kümmert. I want you to be nice to them. Dass ihr lieb zu ihnen seid. Don't push them. Man darf sie nicht schieben. You don't push Germans. Man braucht Deutschen nicht anzuschieben. You give them information. Man gibt ihnen Informationen. And give them time. Und ihr gibt ihnen Zeit. And they will get it right. Und dann werden sie es schon richtig machen. Jetzt. Ihr habt vielleicht bemerkt. Dass ich nur ein kleiner alter Mann bin. Ein uralt. Oh, you laugh. Ihr lacht. For Lisa and I. Also Lisa und ich. On our 34th anniversary. Am 34th. Geburtstag. No, not Geburtstag. Auf 34th. Auf Hockseidtag. Auf Hockseidtag. Danke. Danke. Okay. Da habe ich sie zum Essen eingeladen. In ein schönes Restaurant. Da gab es guten Wein. Maybe some Dom Perignon. Okay. And as we were walking to our table. Und während wir zu unserem Tisch gingen. Arm in Arm. Arm in Arm. Someone over here said. Da sagte jemand hier. Talking to their spouse. Isn't that nice? That the grandfather's taking the granddaughter out to me. One little uralt man. Ein uralter Mann. Every year I get two years older. Jedes Jahr werde ich zwei Jahre älter. Lisa gets one year younger. Lisa wird ein Jahr jünger. Ich bin auch nicht der beste Meteorologe, Wettervorhersager. Das wisst ihr auch. Ihr wisst es. Aber ich stehe unter einer Autorität. Und ich muss genau das tun, was man mir auftritt. Und ich gehe genau dorthin, wo man mich auftritt. Und ich habe den Auftrag, diese Wörter zu sagen. Aber ihr habt nicht diesen Auftrag. Ihr seid nicht gezwungen, irgendetwas zu tun. All you got to do is sit silently. Ihr müsst einfach nur still da sitzen. For one more minute. Für eine Minute. And your life won't change. Und euer Leben wird sich auch nicht ändern. But. Aber. If your heart is prepared. Wenn euer Herz bereit ist. If you want to take one more step toward God. Wenn ihr einen Schritt in Richtung Gott tun wollt. Wenn ihr seine Kraft haben möchtet. Und ein Teil seiner Familie sein möchtet. Dann könnt ihr diese Worte wiederholen. Aber wiederholt sie nicht. Wenn euer Herz euch das nicht sagt. Das wäre ein Fehler. Ich werde diese Wörter sagen. Und sie haben eine enorme Macht. Und ihr könnt sie wiederholen, wenn ihr das wünscht. Im ersten Satz gibt es ein Wort. Was ihr von diesen religiösen Menschen erklärt bekommen habt. Das ist ein schlechtes Wort. Das Wort ist Sünde. Das ist kein schlechtes Wort. Here is what it means. Was bedeutet das? I looked in the mirror this morning. Ich habe heute Morgen in den Spiegel geschaut. I know me. Ich kenne mich. I am not strong enough. Ich bin nicht stark genug. To do what I need to do. Um das zu tun, was ich eigentlich tun sollte. And I need help from above. Und ich brauche Hilfe von oben. And I confess it. Und das bekenne ich. Das ist alles, was es bedeutet. Okay. Here we go. Und jetzt geht's los. Oh, by the way, you are not talking to me. Er spricht nicht zu mir. So don't whisper. Also nicht irgendwie flüstern. And don't mumble. Speak as you're speaking to God. Clear. So klar, wie er zu Gott sprechen wird. Deutlich und klar. Himmlischer Vater. Himmlischer Vater. Ich erkenne, dass ich ein Sünder bin. Ich erkenne, dass ich ein Sünder bin. Und Hilfe brauche. Und Hilfe brauche. Ich gebe mein Leben in deine Hand. Ich gebe mein Leben in deine Hand. Ich nehme dich als meinen Herren. Ich nehme dich als meinen Herren. Meinen Erlöser und aus meinen Freund an. Als meinen Erlöser und aus meinen Freund an. Bitte komm in mein Leben. Bitte komm in mein Leben. Und hilf mir. Und hilf mir. Nach deinem Willen zu leben. Nach deinem Willen zu leben. Und das bete ich in Jesu Namen. Und das bete ich in Jesu Namen. Amen. Amen. You will never know. You will never know. How powerful those words are. How powerful those words are. Die Engel im Himmel Die Engel im Himmel Die freuen sich. Die jubeln. Sie jubeln wegen der Worte, die ihr gesprochen habt. Und Gott sagt mir, ich muss euch von der Prophezeiung, von dem Versprechen erzählen. Er sagt, die, die diese Worte wiederholt haben, werden nicht sterben, sondern leben. Und er hat es versprochen. Wir brauchen jetzt die Stärke. Mein Traum ist, dass 30% der Herzdeutschen in diesem Land, dass die ein Teil unserer Gemeinschaft werden, bis zum Ende von 2024. 24. Sie sind angezogen von uns. Aber sie haben Angst. Sie müssen in euch etwas sehen. Stärken. Ausgeglichenheit. Innere Haltung. Das brauchen sie. Und dann werden sie kommen. Lisa und ich lieben euch, weil ihr es wert seid, geliebt zu werden. Wir möchten, dass ihr euch selbst liebt. So wie ihr, als was ihr geschaffen worden seid. Und dass ihr einander liebt. Danke. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Also William und Lisa haben versprochen, dass sie sich jetzt hier an den Tisch setzen. und Bücher signieren. Aber davor. Ihr müsst etwas tun. Ihr habt die beste Sprache in der Welt. Ihr braucht Einheit. Kommt nicht zu unserem Tisch. Bevor ihr nicht die anderen in dem Raum, jeden in diesem Raum getroffen habt. Den ihr nicht kennt. Geht einfach auf den Tisch. Geht einfach aufeinander zu. Lächelt euch an. Okay? Show them some kindness. Talk to each other. Dann kommt ihr zum Tisch. winnings. Das war's. acquis s ist die Bindung. humble. Rabu. Das war's. worlds interessant. Das war's. Tag. Es war's. crazy da. Hallowed. Jäzsch. Untertitelung des ZDF, 2020